Hallihallo Felix, Willkommen zu einem weiteren Schadensrezept von Mealsulfa Zum Spiel Team Protoss 2 logischerweise Heute Blackbox, Rechtschaffender, Bison und der Equalizer Gerade der Equalizer, what the fuck? Und das wurde vorgestellt von KahnLukas98 Oh, Nose! Oh, du bist des Todes Wie schön, dass mein Random Griff verfehlt hat, ne? Du bist auch des Todes, ah, ich freu mich Ich freu mich Ich liebe es ja, wenn man diese Kritz hat Leider kann ich jetzt nicht schnell rennen Was jetzt irgendwie ein bisschen Ich sag jetzt mal ungewohnt ist Dass ich auch um mich jetzt hier hinlaufe und mir kein Leben wurde Ist auch ziemlich bescheuert, sag ich jetzt mal Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich fasse es nicht Ich könnte kotzen, jetzt könnte ich wirklich kotzen So Oh Haben wir das schon mal? Oh Und Ach, was hab ich denn jetzt gemacht? Das hätte ich auch so geschafft Nein, nein Okay Okay Übrigens erstmal, dass ich mit meiner Blackbox vernünftig spiele und jetzt auch mal Rengo hole hier Oh, yeah Oh, yeah Aber ich meine, oh, das ist jetzt grad sogar richtig cool nützlich So Hype gewesen halt Weil ich mich relativ schön geheilt habe, wie man gesehen hat Das ist doch auch relativ angenehm gewesen Ich meine, das hätte ich diese Den Schaden, der noch bekommst, hätte ich so nicht überlebt Und was der Scout gerade davor hat Ist mir ein Rätsel Und dass der Scout überlebt hat, ist mir noch ein größeres Rätsel Aber man hat ja nun mal manchmal Glück He took the final He took the Okay Okay Wo ist der Pyro? Der muss doch hier sein Bin ich jetzt blöd? Ach, er ist gestoppt Shit So, irgendwie muss ich das Rechtstatt mit Wieso grad gar nicht einsetzen Normalerweise ist das meine Backupwaffe, die ich da benutzen würde Aber irgendwie Habe ich es bisher noch nicht vonnöten, dass ich eine Backupwaffe brauche In Anführungsstrichen Weil irgendwie bin ich bisher mit der Blackbox Obwohl ich mit drei Schuss habe Haha, relativ gut zurechtkomme jetzt gerade Ich begrüße das natürlich sehr Auf größere Maps, wo ich rocket-jumpen würde Würde ich die Blackbox eher so Zwiespätig sehen Weil habe ich nur zwei Schuss um anzugreifen Mehr oder weniger Was ich persönlich immer als Problem betrachte Aber hier, wo ich jetzt nicht so viel rocket-jumpen muss Und nicht kann in dem Sinne Hat das schon seinen Sinn Und ich frage mich, wo der Mr. Sniper hinlässt Hallo Hallo Oh yeah Soll ich es holen? Nee, hab ich keine Lust Ich bin nicht jung zu gewinnen Ich bin jung zu machen In dem Schadenzett macht das auch Sinn Leute Bitte Mit was spiele ich denn hier gerade? Es sind ja keine Bots Oder doch? Nee Aber doch Irgendwie spielt sie schlechter als Bot Fortspiel Habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass er es schafft, das Ding zu airblasten Geht ich ja ehrlich zu War absolut unerwartet Aber naja Man muss auch auf den Pubstore mit allem möglichen rechnen Ich meine Oh Oh das war Facebook Ich meine Mehr Pub als hier gerade ist, geht gar nicht Oder? Ah Heavy Ah Scout What the What the fuck Warum rennt er raus und wieder hoch? Warum? Okay Jetzt wird es Zeit Holy fuck Holy fuck Und Crit Pyro Nein Shit Fast Ich muss aber Ich muss wirklich jetzt sagen Ich bin überrascht Wie Dass ich jetzt gerade Da habe ich zwei oder drei Kills mit der Mit dem Bison gemacht Ich fasse es ja nicht Ich habe einfach nur random reingeschossen Ohne Sinne verstanden Weil Meine Muni leer war verdammt Und übrigens Vielleicht habt ihr es ja gerade gemerkt Ich bin ja gerocketjumpt erst Und hatte nur zwei Schuss Was zum Problem gerade gewesen ist Habt ihr ja sicherlich gemerkt Dementsprechend Das meine ich mit der Sache Wenn man rocketjumpt mit drei Schuss Schuss Nicht Schuss Das ist ein Problem Haben wir mal ein schlecht rocketjumpt Wie ich jetzt eben Konzert Ah shit Ich bin zu dumm ey Ah ich bin der Erste Weeey Weeey Benutzen wir nochmal den Equalizer Oder auch nicht Nooo Let's go already Yes Perfekt getimed Perfekt Perfekt Ich mach noch nächstes Leben Dann mach ich auch schon wieder Schluss Ja ich mach momentan Ich bin heute Ich bin heute sehr sehr nett mit Überzeit Normalerweise mach ich immer nur strikt 5 Minuten Aber heute Na 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 Come on Na come on Das war ein Assist zumindest wert Ich hab 100 Damage gemacht man Na Ne ich mach das so It's time to die It's time to die Hi Ich hab sogar einen Erfolg bekommen dafür Lol Die hatte ich noch nicht Das ist ja cool Das ist sehr cool Hab ich nicht gewusst Jetzt mach ich sogar noch Erfolge Auf jeden Fall Das Leben war jetzt etwas kurz geraten Aber ich hoffe das Video hat euch trotzdem gefallen Also dieses letzte Leben war kurz geraten Ich hoffe das Video hat euch gefallen Ihr wisst ja kommentiert und liken Wenn ihr die Idee habt in die Kommentare Ansonsten bis dahin Ciao ciao Ciao